ihr braucht euch das überhaupt nicht schönreden spc die ist einfach nur was das werdet ihr auch nicht mehr da kriegt ihr mich auch nicht mehr über überredet die spc die idee ist ja nice dass du alte spc karten wieder kriegst da sage ich ja nichts gegen aber dass die die besten karten raus machen so wie war an und so finde ich halt lost und 85er team finde ich auch viel zu teuer es ist einfach so und es ist einfach genau dasselbe wie beim letzten mal